Hallo, ich bin Jasmin von Stempel, doch mal. Ich habe heute Osterverpackungen für euch und zwar sind das hier diese durchsichtigen Boxen, die ich ein bisschen dekoriert habe. Ja, es ist eigentlich im Prinzip wenig Aufwand, man muss ein bisschen kurbeln mit der Big Shot, aber die Box ist an sich schnell gemacht und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht. Ich finde nämlich diese Boxen total schön, da kann man wirklich von edel bis, ja, weiß ich nicht, bunt, kindlich, alles mitmachen. Wenn ihr keine Ostern habt, ich hatte glaube ich auch schon mal Rochee-Kugeln drin und habe dann alles Gold verziert, also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. So sehen die aus, da gibt es 16 Stück in der Tüte hier. Als erstes müsst ihr die Schutzfolie abmachen. Irgendwas frisst meine Katze hier gerade. So, Schutzfolie ab. Dann knickt man das hier alles einmal so ein bisschen um, damit die halt Stabilität bekommt und damit sich das leichter falten lässt. So, dann kommt als erstes hier dieses Teil runter, dann die beiden Nupsel und dann das letzte. So, dann kann man auch hier oben die Laschen nochmal einknicken, das fügt sich halt alles besser zusammen, wenn man das einmal so geknickt hat. So, dann mache ich jetzt einfach Ostereier rein, Schokoladeneier. Und dann geht es auch schon ans Verzieren. Und zwar benutze ich wieder das gleiche Set wie aus den letzten beiden Videos. Hier sind die passenden Framelits dazu. Da sind sie, also ich habe die, die ich schon benutzt habe, liegen hier rum. Ich zeige es euch jetzt. An Stempeln habe ich verwendet, den Hasen, die Eier und die Möhre. Framelits habe ich verwendet, dieses Gras, denn da braucht man vier Stück von. Und bei allen drei Teilen habe ich ein Stückchen abgeschnitten. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schneidet die Ecke hier ab oder da. Ihr müsst es mal anhalten. Es hat bei mir immer gepasst, wenn ich mich an diese beiden Ecken gehalten habe. Ich schneide jetzt mal die ab. Also einfach hier einen Cut zwischen diesen beiden Gräsern hier unten. Und dann kann man das hier oben so abschneiden, dass es so aussieht, als wäre es nie da gewesen. So habe ich es jetzt gemacht, denn ich finde es persönlich nicht so schön, wenn es übersteht. Sondern mir gefällt es besser, wenn es hier so bündig anliegt. Und ich finde, man sieht jetzt auch nicht unbedingt, dass das abgeschnitten ist. So, das brauchen wir. Dann habe ich als Deko verwendet den Hasen. Da ist er. Den habe ich angemalt. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Die Schleife mit Wassermelone und das Ohr mit Kirschblüte und die Bäckchen. Und dann habe ich noch Möhren gestanzt. Die habe ich angemalt mit Kürbisgelb und Olivgrün. Und zum Schluss habe ich noch hier diese Eier verwendet. Also die müsste auf jeden Fall stempeln, anmalen und dann stanzen. Denn wenn man die erst stanzt und dann stempelt, wird es sehr mühselig. Da gibt es vier Stück von. Gucken, ob ich den Föden auch noch habe. Die habe ich halt, ja, so wie ich es meinte, angemalt. So, und dann habe ich einen Spruch verwendet, der in dem Set ist. Kleiner Gruß vom Musterhasen. Den habe ich ausgestanzt mit dem kleinsten Oval von diesen Stickmusterframen. Den habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt. Und darunter kommt das kleinste Oval mit der Wellenkante hier von dieser Kollektion hier, von den Ovalen. Die ist im Hauptkatalog. Lagenweise Oval, ich vergesse es immer wieder, wie es heißt. Und da müssen wir nochmal gucken, ist es, glaube ich, das kleinste. Ja, das ist ja das Größte. Nächstgrößte. So, also das habe ich jetzt alles schon einmal angemalt, mit den Markern, gestempelt, ausgestanzt. Denn das kennt ihr und das würde jetzt wieder ewig dauern. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch dekorieren. Ich habe euch gesagt, es ist einfach. Man hat halt nur ein bisschen Arbeit mit dem ganzen Ausstanzen. Also ihr fangt irgendwo an mit eurem Gras. Feli, was machst du da? Die Katzen lieben mein Bastelzimmer. Ey! Also, frisst die meine Eierpackung? Ich glaube wohl, es hackt. Feli, hast du Hunger? Jetzt ist die Küchenrolle dran. So. Ist heute ein zerstörerischer Tag, hm? Also, das Gras immer jeweils mit drei Klebepunkten einfach ankleben. So, wo geht's auf? Da geht's auf. Dann können wir jetzt den Gruß schon mal oben draufsetzen. Den klebe ich aber an sich mit Dimensionals fest. Und da nehme ich auch wirklich zwei ganze, weil man das ja von unten so ein bisschen sieht. Also, wenn ich jetzt hier öffne, sehe ich ja da den Kleber. Man könnte natürlich auch von innen nochmal so ein, ähm, so ein Oval hin kleben. Aber das mache ich jetzt mal, ne? So, und dann habe ich hier oben drauf noch eine Möhre gemacht. Die klebe ich auch mit einem Kludert fest. Das war's für oben. Und dann kann man die Seiten dekorieren. Ich habe jetzt drei Seiten dekoriert, habe die Rückseite nicht gemacht. Und werde jetzt das Häschen mal nach vorne setzen. So, und dann, ähm, kann man die Eier und die Möhre noch verteilen. Jetzt spinnt meine Lampe wieder. So, also dann, ja, bleib an, bitte. Da habe ich jetzt zwei Eier hingepackt. Und dann machen wir auf diese Seite die Möhre. Die Möhre und ein Ei. So, Rückseite lasse ich jetzt mal. Wobei, ich habe noch ein Ei. Komm, dann kommt das da drauf. Bin ja nicht geizig. Ja, und im Nu habt ihr eine total süße Osterverpackung. Die man wieder für sämtliche Dinge verwenden kann. Als Namensschild, als Tischdeko, als Geschenk zu Ostern. Ja, was ihr da rein macht, ist euch überlassen. Ich fand das jetzt farblich ganz nett. Wobei dann natürlich noch ein paar reinpassen würden, aber... So, hier ist noch das andere. So, ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020